Hier ist der Rad und wir liegen direkt mit unserem Schiff, genau gegenüber. Das Zeichen von Holland America. Das ist das große Schiff hier. Das ist schön, wir haben nur 2.000 Gäste und das ist genau wie hier. Das Wetter ist heute nicht so schön, aber wir werden jetzt mal in die Stadt gehen und werden euch ein paar Sehenswürdigkeiten von Kadis zeichen. Ich bin der Hubert, ich werde euch zeigen, was ihr heute macht. Unten auf Gefällt mir drücken, dann seht ihr auch die weiteren Videos. Ich zeige euch noch Matthias, der führt uns jetzt ein bisschen durch die Stadt, unser lieber Matthias. Ach, ich führ euch jetzt durch die Stadt? Ja. Also ich habe jetzt zumindest mal eine einzige Sehenswürdigkeit bis jetzt entdeckt und da laufen wir jetzt hin und dann hört ihr gleich wieder da vorne was von uns. Bis gleich.